Der Aufruf zu den Leisen 1 bis 2 ist leider defekt. Aber dieser Aufruf funktioniert jetzt zum Glück. Geht reiz? War schon ein bisschen gut. Tür öffnet. Tür schließt. Auf dem Zug steht der Sanden, obwohl der Hintergrund ist total nur am Mörsverkehr. Wieder als Mörs-Düßburg, in der Düßdruckmörs. Ausgaben? Was ist los mit dem anderen Aufzug? Tür öffnet. Seit 1 bis 2. Wieder gleich in der nächsten Düßburg. Was ist hier passiert? Er ist stecken geblieben. Er ist stecken geblieben, der Aufzug. Keine Ahnung, was der Aufzug los ist. Ich kann nichts sehen leider. Wir haben kein Stecken geblieben.